Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr alle da seid. Hoffentlich geht es euch gut. Und zwar haben wir heute wieder ein neues Produkt zum Testen bekommen. Haben wir ein Geschenk bekommen. Deswegen steht auch hier oben Währung. Vielen Dank erstmal an die Firma Tribit und wir schauen uns das Produkt mal an. So und wir haben von der Firma Tribit ein X3 Go Wildest Headset bekommen. Wir schauen uns erstmal die Verpackung an. Die ist relativ schlicht und einfach. Wir haben hier auch einmal QR Code für Facebook und für die Seite selber 3BootAudio.com. Dann haben wir hinten ein paar technische Daten und zwar Bluetooth 5.0. Dann haben wir ein Bluetooth Profil HFP, HSP, D2, DP und AVRCP. Speaker 40 mm. Also 40 mm Durchmesser haben die Speaker. Leon Akku. Der hält gute 3 Stunden. Input 5 Volt 1 Ampere. Und wir packen das da erstmal aus. Übrigens, falls es noch nicht passiert, abonnieren nicht vergessen und keine weiteren Videos zu verpassen. Der Kopfhörer kommt in so eine richtig schöne geile Reisetasche und sieht nicht gut. Aber es ist auch hochwertig, stabil. Ist gut. Ja. Wir machen den jetzt mal auf. Oh, da kommt direkt schon die Anleitung. Wir haben hier so ein Quick Guide, wo auch geschrieben ist, was enthalten ist. Und zwar ist enthalten ein Kopfhörer, ein Micro-USB-Kabel, um das aufzuladen und ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Um es direkt zum Beispiel für die Xbox zu benutzen oder Playstation. Also ich benutze es persönlich für die Xbox Series X. Super geiler Ton und richtig schön laut und richtig gut. Also perfekt. So, schauen wir nochmal rein. Und zwar, wie gesagt, hier ist der Klinkenstecker. Wir haben der Klinkenkabel mit goldenen Anschlüssen. Micro-USB. Und nun kommen wir zu dem Kopfhörer an sich. Der ist jetzt hier schön zusammengeklappt. Ja, sehr stylisch. Hier in so einem Aluminium-Look. Ist natürlich jetzt kein Aluminium, ist so eine Art Kunststoff. Ja, dürfte Kunststoff sein. Man kann irgendwas aneinander klappen. Dann hat man hier auf der Seite das Logo von PreVid. Sieht natürlich sehr schön aus. Dann hat man hier so Gitterblech drunter. Ich denke mal für die Belüftung oder so. Dann hat man hier die Schaltknöpfe. Aber für laut und leise, um die Kopfhörer anzumachen. Übrigens kann man mit dem Kopfhörer auch Siri aktivieren. Ist auch sehr interessant. Dann haben wir den Klinkenanschluss zum Aufladen. Ein Mikrofon und eine LED-Statusanzeige. Und hier ist der Klinkenanschluss, um zum Beispiel direkt am Xbox-Controller, Playstation-Controller oder direkt so am Handy anzuschließen. Die Schaumpolsterung ist sehr gut. Sehr weich. Einmal, was ich mir ein bisschen gewünscht hätte, dass es ein bisschen dicker ist. Weil das Problem ist, ist bei mir, wenn ich das ein bisschen länger trage, dann ist das Ohr relativ nah an dem harten Plastik. Und dann wird das ein bisschen unangenehm. Aber im Großen und Ganzen muss ich dazu sagen. Ich habe den jetzt schon längere Zeit ausprobiert. Super Klang. Richtig cool. Reichweite sind gute 15 Meter. Also ohne Störung, ohne alles. Die Verbindung auch super gut. Ja, was kann man noch dazu sagen. Also X-Free Go ist ein super geiles Headset. Könnte man es auch jetzt nennen. Ja, weil es ist ja ein integriertes Mikrofon drin. Aber ich würde es jetzt persönlich direkt einfach nur als Kopfhörer nehmen. Zum Spielen oder zum Musikhören oder einfach am Bett zum Chillen. Ist auch sehr angenehm. Sieht auch sehr gut aus. Hat natürlich leider kein Canceling. Also keine Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen. Na gut, braucht man nicht unbedingt. Hat aber für eine Rauschunterdrückung im Mikro. Als wenn man damit telefonieren will oder sowas. Wird ja die Umgebungsgeräusche ein bisschen das Rauschen rausgenommen. Funktioniert auch sehr gut. Wie gesagt, die Verbindung ist schnell hergestellt. Sehr stabil. Top Tonqualität. Was könnte ein bisschen mehr drin sein. Aber na gut, ist falsch. Könnte ein bisschen mehr Rumsbums drin sein. Aber okay. Wie gesagt, der größte Manko, was ich für mich jetzt persönlich sehe. Vielleicht bei anderen Leuten ist das vielleicht anders. Ist das die Polster. Ja, ein bisschen dünn sind. Die könnten ein bisschen dicker sein. Aber für das kleine Geld liegen glaube ich um die 25, 28 Euro. Link unten in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Oder könnt ihr auch gerne mal kaufen. Kaufempfehlung. Definitiv. Ja. Super Kopfhörer. Super Sound. Kleines Geld. Also einfach gut. Also zum Spielen oder Musikhören auf jeden Fall richtig gut zum Spiel. Da ist mal relativ ein bisschen verwöhnt. Aber für mich ist das Spiel ein Erlebnis mit den Kopfhörern auch sehr, sehr gut. Kann ich wärmstens empfehlen. Gute Kopfhörer. Gut. Schaut euch das mal gerne an. Link unten in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal kaufen. Könnt ihr gerne mal testen. Über Amazon ist es ja so. Könnt ihr ja kaufen. Und falls es euch nicht gefällt, schickt ihr einfach wieder zurück. Aber ich bin davon überzeugt. Für das Geld werdet ihr die nicht zurückschicken. Ja. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Saubere drauf. Abonniert den Kanal. Und ciao bis zum nächsten Mal.